Lukas Steinfeld für Preußen Münster. Nach dem 7-Meter-Schießen war die Erleichterung sicherlich sehr groß. Ja, ich bin froh, dass wir Stefan Tanto im Tor haben. Das ist ähnlich wie im letzten Jahr gegen den Berge. Da haben wir auch 2-0 geführt, dann 2-2 bekommen. Dann gehen wir ins 7-Meter-Schießen und Tanto ist einfach überragend und bringen uns jetzt ins Finale. Und mal gucken, was jetzt kommt gegen Borussia. Mal gucken, was jetzt kommt. Das klang vor ein paar Tagen noch anders bei dir. Da hast du gesagt, ihr holt den Titel, ihr seid auf dem besten Weg. Ja, sind wir auch. Wir stehen jetzt im Finale da, wo wir hinwollten. Aber ich glaube, Borussia hat echt ein super Turnier gespielt. Haben auch gegen uns wirklich ein gutes Spiel gemacht in der Gruppenphase. Und ich glaube, die Zuschauer können sich jetzt auf ein geiles Finale freuen. Und mal gucken, was da rumkommt.